Hallo und willkommen zu einem kleinen Zwischenvideo. Ich bin hier gerade dabei gewesen, das Video des Grades 2 öffnen zu rendern. Wir sollen jetzt da explodieren und es ist fehlgeschlagen. Das ist mir schon gestern passiert und ich weiß nicht woran es liegt. Da mache ich jetzt ein kleines Zwischenvideo, dass die, also es ist schon alles fertig geschnitten, auch der dritte und vierte. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen mit den Rändern. Hat auch ein bisschen mehr gedauert. Ich werde jetzt auf jeden Fall schauen, ob ich es gefixt bekomme. Das Video wird dann wahrscheinlich erst am Sonntag online kommen. Also nochmal eine ewige Zeitverzögerung. Ich wollte es ja schon letzte Woche hochladen, aber ich hatte keine Zeit gehabt, es irgendwie hochzuladen und beziehungsweise zu schneiden. Ich habe es alles diese Woche erst gemacht. Und ja, ich hoffe es klappt dann, dass ich es dann am Sonntag hochladen kann. Alles dann, bis dahin. Tschüssi! Tschüssi! Vielen Dank.